ein herzliches willkommen lieber skorpion zur taroskop legung mit ella wir sind in der woche 24 bis 30 9 2018 es ist eine allgemeine legung wie gehabt du nimmst dir mit was du gebrauchen kannst was dich weiter bringt alles andere lässt du einfach weg es ist eine allgemeine legung sollte ich inspirieren sollte ich auch ideen bringen sollte ich aber nicht abhängig davon machen sondern einfach nur ein bisschen erleichtern wenn es geht entscheiden tust du natürlich selbst als erstes gucken wir mal welche energien von außen kommen also was deine umwelt so an energien mitbringt in diese woche der mond unklarheiten unsicherheiten geheimnisse ja das kommt von außen da können wir auch nicht mehr zu sagen weil es einfach dinge sind die wir nicht kennen die karte wie du dich fühlst wie du über dich denkst dann haben wir deinen wunsch in dieser woche deine hoffnung und ängste das ist gut für dich das ist nicht so gut für dich und dann haben wir den möglichen ausgang in dieser woche so dazu kommen natürlich wieder die einzelnen wochentage gucken was die wochentage so zu bieten haben und wie du darauf einsteigen kannst und natürlich gucken wir auch welche energien du mitbringt nach außen hin lieber skorpion wie du auf deine leute wirkt oder nach außen hin wirkt so da haben wir die acht der stäbe und die acht der stäbe ist kommunikation das heißt du bist in dieser woche offensichtlich sehr kommunikativ kommen wir zu den wochentagen montag dienstag mittwoch donnerstag freitag samstag und der sonntag so als erstes gucken wir natürlich nach den energien die du jetzt so hast wie du dich fühlst wie du über dich denkst und wir haben die zwei der schwerter das heißt du möchtest irgendwie gewisse entscheidungen nicht treffen oder du hast so ein bisschen den schutzwall um dich herum aufgebaut ja so ein bisschen vorsicht das muss nicht schlecht sein gucken wir mal was ist dein wunsch in dieser woche könig der stäbe das ist eine feurige energie das ist ein sogenannter goal getter also jemand der seinem ziel hinterher hechelt mit sehr viel energie mit sehr viel leidenschaft und du wünschst dir auch so eine energie beziehungsweise möchtest du auch die ziele so erreichen das ist ein schöner wunsch deine hoffnung und ängste königin der münzen das ist erdgebundene energie und bedeutet dass du sicherheit stabilität sucht dass du dich einfach auch sicher fühlen möchtest klar und natürlich auch finanziell abgesichert sein möchtest und das ist deine hoffnung du arbeitest dafür du kämpfst dafür und gut für dich in dieser woche ist die zehn der münzen du hast diese woche eine möglichkeit dieses ziel auch ohne weiteres zu erreichen was dazu nötig ist und so weiter müssen wir gleich mal schauen kommen wir zu dem was in dieser woche nicht so gut ist für dich da haben wir den prinz der schwerter das könnte ein luftzeichen sein also wassermann wage oder zwilling kann aber auch eine energie sein die du mitbringst also reinzurauschen wie der elefant im porzellan laden das wäre nicht gut ja das steht ja auch auf der position nicht gut für dich ja also wenn du irgendetwas mit brachial gewalt versuchst zu erreichen funktioniert nicht wird dir eher noch hindernisse in den weg stellen ich weiß dass das skorpion trotzdem weitermachen würde aber es ist halt diese woche nicht angebracht und du kannst einen größeren erfolg erzielen wenn du das sein lässt so dann haben wir den möglichen ausgang in dieser woche und wir haben die vier der schwerter und das bedeutet ruhe du musst dir ruhe gönnen relax entspann dich Du musst einfach mal die dinge laufen lassen wie sie sind Hier bei den geheimnissen kannst du sowieso nichts machen aber du kannst kommunizieren du kannst mit anderen kommunizieren Gucken wir jetzt mal was die wochentage zu beten haben der montag Sieben der keltchen ein großes maß an angeboten ob privat oder geschäftlich müssen wir gleich mal gucken jedenfalls ein über angebot was verwirrend ist oft für dich vielleicht ungewohnt und neu ja deswegen entspann dich überlegt dir was du davon tatsächlich möchtest und dann entscheide dich weil alle sieben angebote wirst du nicht erhalten können ja es wird nur ein kelt zur verfügung stehen Am dienstag da haben wir die liebenden es geht um beziehung oder eine entscheidung in der liebe Möglicherweise verliebst du dich am dienstag es kann aber auch sein dass in der partnerschaft die beziehung eine ich sag mal Veränderung erhält was weiß ich ihr verlobt euch ihr Habt ein kinderwunsch also es gibt irgendeine steigerung in sachen liebe am dienstag sehr schön am mittwoch da haben wir den stern das ist die hoffnungskarte das ist der wassermann das ist ja Auch eine karte die dich auffordert nach den sternen zu greifen Ja wir haben ja ein wassermann oder ein wasserzeichen zumindest endlich wasserzeichen ein luftzeichen hier Könnte diese person sein Ist aber auch das prinzip hoffnung Müssen wir gleich noch mal näher darauf eingehen gucken wie das in dem zusammenhang zu sehen ist Wir haben jetzt den donnerstag Am donnerstag haben wir den gehängten das bedeutet stillstand stagnation Bedeutet aber auch du hast die möglichkeit die dinge die du bisher gemacht und getan hast oder die du bedenkt bedacht hast Nochmal in ruhe zu überdenken und die perspektive zu wechseln also vielleicht Die betroffenen die da von dieser veränderung Vielleicht mit betroffen sind zu überdenken wie es denen geht oder deinem gegenüber wenn du einen vertrag abschließt oder irgendwas in der richtung Kommen wir zum freitag Wir haben den page der stäbe das ist ein jugendliche feurige also auch leidenschaftliche energie Kreativität Vielleicht bist du am freitag einfach sehr kreativ Oder hast etwas gefunden was deine kreative ader weckt und dem du nachgehen möchtest weil dieser page der stäbe ist auch sehr fokussiert auf diese sache So dann gucken wir mal was am samstag los ist Das ass der stäbe also ich glaube das ist eine sehr leidenschaftliche woche für dich das ist auch eine ein phallus symbol Bedeutet natürlich körperliche liebe oder etwas was du mit leidenschaft verfolgt lieber skorpion Gucken wir gleich der sonntag Sieben der münzen du hast dinge in auf den weg gebracht du wartest jetzt darauf dass deine bäume früchte tragen und wo sie aber Ernten kannst das ist mit geduld verbunden Das heißt heute oder morgen wird das nicht passieren aber in den nächsten wochen also du kannst Zumindest darauf hoffen dass da etwas kommt was für dich Was für dich ich sag mal früchte trägt was sich entwickelt Kann auch die beziehung sein zum beispiel Gucken wir mal was haben wir denn da Zwei der schwerter du hast so ein bisschen den schutzwall um dich aufgebaut Aufgrund eines gebrochenen herzens ok Bemühe dich um ausgeglichenheit innerlich wie äußerlich Ja mäßigkeit balance bisschen harmonie dein wunsch ist Leidenschaftlich noch mal künftig der stäbe Gericht also urteil Und ruhe die vier der schwerter bedeutet einfach wie hier auch als ausgang der woche Dass du dich mit den dingen die du erreichen willst den zielen die du vorhast in ruhe befassen sollst ja Dein urteil solltest du erst nach dieser ruhephase treffen ja also lass dir zeit deine hoffnungen ängste königin der Münzen Und da gab es wohl etwas was dich sehr enttäuscht hat kann ein kollege eine kollegin sein kann aber auch wie gesagt partner oder partnerin sein Du hast ja hier das gebrochene herz Obsession vielleicht Bist du noch nicht darüber hinweg und bis deshalb ich sag mal Obsessiv darauf bedacht informationen über die person zu bekommen ja oder du bist auf rache aus was gar nicht gut wäre Weil rache ist immer ein schlechter ratgeber Das kommt auf sich zurück und deswegen lohnt sich nicht der tod transformation veränderung deine karte Das heißt die situation ist noch nicht ganz Ausgereift aber du arbeitest daran dass du darüber hinweg kommst das ist gut Dann haben wir gut für dich ist Die zehn der münzen Und könig der schwerter also möglicherweise dieser wassermann Sorgt dafür dass du Ja Dahin kommst er hilft dir deine kreative ader Hilft dir das ist ein möglicher geschäftspartner Freund was auch immer der hätte ich auf den richtigen weg begleitet Oder dich auf die idee bringt die du brauchst ja Das kann dich ja auch vielleicht von deinem herzschmerz ein bisschen ablenken Prinz der schwerter ist nicht gut für dich Königin der schwerter ist wir haben eine menge luftzeichen gerade um dich herum Du musst dich entscheiden in welche richtung das geht Du solltest jetzt keine übereilten dinge Machen also der prinz der schwerter ist genau wie der ritter der schwerter rauscht rein wie der elefant im porzellan laden macht alles kaputt und geht wieder Die königin der schwerter ist schon ein bisschen Ich sag mal erwachsene weiß was los ist Schneidet die alten zöpfe ab was nicht mehr geht was nicht mehr gut ist dass die bessere alternative Und wählt dann den richtigen weg ohne irgendwo rein zu rauschen Der ausgang ist natürlich die mit den vier der schwertern entspann dich Ja versuche ruhe zu finden versuche zu überdenken was deine leidenschaft weckt Verfolge sie auch gehe ran Lasse dem auch eine aktion folgen also dass du dich darum bemüht diese dinge die dir freude machen und die dich weiterbringen zu verfolgen aber Achte darauf dass es nicht übertreibt und dass die leidenschaft nicht verloren geht denn der ritter der stäbe ist halt jemand der Mit viel leidenschaft beginnt und dann das interesse verliert also bitte ja Versuche dich gemäßigt an die dinge zu begeben die dinge zu tun Und nicht möglichst nicht die leidenschaft dafür zu verlieren jetzt hast du am montag schon eine menge angebote Möglichkeiten die sich der bieten und du suchst natürlich sicherheit und stabilität was dir den meisten profit geben bringt aber du fühlst dich auch so ein bisschen ausgegrenzt oder Ziehst dich auch selber ein bisschen zurück aufgrund des herzschmerzes kann ich das auch verstehen Jetzt hast du am dienstag vielleicht eine begegnung in der liebe oder du hast Jemanden getroffen der deine gefühle erweckt und du machst dich auf dem weg auf den weg zu dieser person also Du bewegst dich mental auch dorthin damit geht auch dein schmerz Zurück aber du solltest dich nicht zu schnell in etwas stürzen dann haben wir am mittwoch Möglicherweise einen wassermann auf jeden fall die hoffnungskarte auf etwas vielleicht neues Da nach den sternen greifen aber du kreist in deinem kopf mit der neuen der schwerter machst du dir zu viele gedanken Ja auch über die vielen angebote du bist völlig verwirrt also Entscheide jetzt noch nichts mittwoch Jetzt nichts entscheiden erst mal du bist am donnerstag auch noch in diesem käfig sozusagen gefangen bekommst ein liebevolles angebot Und wieder den stern ich glaube es hat was mit einem wassermann zu tun Ja jemand machte wirklich ein liebevolles angebot aber lass dir trotzdem zeit Solange der schmerz aus einer alten beziehung oder enttäuschung kann ja auch ein freund gewesen sein der dich enttäuscht hat noch nicht Überwunden ist sich dann in eine neue beziehung zu stürzen wäre nicht so gut Freitag haben wir ja diese idee Und da gibt es was zu feiern das scheint erfolgreich zu werden und du eroberst dir neue horizonte Ja Also bis mittwoch keine konkreten entscheidungen treffen Am donnerstag das liebevolle angebot erst mal so wie es kommt erst mal so langsam anzunehmen aber lass dir zeit Am freitag gibt es was zu feiern und eröffnet dir neue horizonte mit denen du am samstag dann Leidenschaftlich fortfahren kannst also begibst du dich auch in neue gefilde Und da hast du wieder diese zwei der schwerter dass du die entscheidung nicht treffen willst aber deine gefühle Hast du im griff das ist schon mal ein fortschritt Am sonntag haben wir die sieben der münzen Und wir haben das ast der kälte Damit das was du dir da ich sag mal langsam erarbeitet ist mit der person die auf dich zukommt Wird auf jeden fall sehr erfolgreich fair also ballon in balance liegen Und du wirst da dich sehr wohl fühlen du hast da einen erfolg errungen der dich wieder zufriedener macht also rundum eine positiv ausgehende geschichte aber bitte Wie gesagt lieber skorpion überstürze nichts lasst dir zeit ja du kannst ja auch sagen dass du noch ich sag mal ein bisschen Gehandicapt ist aber dass das mit der zeit weg gehen wird sei ehrlich öffne dich und Genieße das natürlich auch du sollst dich jetzt nicht davon fernhalten aber du sollst es nicht überstürzen Sonst nimmst du die alten schlechten gewohnheiten vielleicht mit in die neue beziehung oder die neue bekanntschaft deine Orakelkarte annehmen ich lerne die dinge anzunehmen die ich nicht ändern kann Das was du nicht ändern kannst musst du ebenso hinnehmen das ist leider so Wir alle wünschen uns manchmal wir könnten zaubern und dinge verändern deine enge karte ist die großzügigkeit Großzügigkeit ist eine spirituelle eigenschaft sie ist freude am glück der anderen selbst dann wenn du selbst gerade keinen grund zum feiern hast Großzügigkeit ist eine innere haltung durch die es dir freude macht zu geben ohne eine gegenleistung dafür zu erwarten Wenn du diese karte ziehst ist das eine aufforderung an dich großherzig zu sein Sie verrät dir dass du innerlich bereit bist nach dieser edlen charaktereigenschaft zu streben Die engel weisheit empfiehlt dir anderen menschen liebevoll großzügig und offenen herzens von allem abzugeben was du hast Großzügigkeit trägt einen reichen lohn in sich denn alles was du offenen herzen gibt 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 Kommt in vielfacher form zu dir zurück die affirmation ich bin großherzig Also auch schön Ja und natürlich gehört zur großherzigkeit auch die ehrlichkeit dazu ist klar dass du auch sagst was mit dir los ist wie es dir gerade geht Dass dann gegenüber weiß okay Und gehst langsam an ich wünsche dir auf jeden fall ganz ganz viel erfolg ganz viel liebe Ganz viel zuversicht und natürlich auch den erfolg den du dir wünscht Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen damit helfen Dann würde ich mich freuen wenn du mir das ende der woche dann in die kommentare schreibst wenn es dir geholfen hat Und wenn es dir gefallen hat gerne einen daumen hoch das hilft meinem kanal Und dann freue ich mich wenn wir uns nächste woche wieder hören und sehen bis bald tschüss